Oha, okay, das müssen wir, glaube ich, zensieren. Ja, Bruder, da fällt auch schon wieder alles raus. Jo. Guck mal, wie riesig diese Brüste sind. Das ist so seltsam. Bruder, wer findet denn sowas heiß? Ey, was geht? Bevor das Video jetzt hier anfängt, meine Freunde, ganz, ganz wichtige Ansage. Wenn ihr Bock habt, 100 Euro, euch schnell zu verdienen, kommt auf jeden Fall jetzt in den Stream. Stream läuft schon. Wir spielen gerade, glaube ich, Community-Event. Und nach dem Community-Event, meine Freunde, gibt es einen Stream mit Little Lightskin. Das ist der du hier oben. Und wir werden gemeinsam American Candies austesten. Die seht ihr ungefähr. Die seht ihr also quasi geil hier. Und gemeinsam auf eure YouTube-Kanäle reagieren. Und der Gewinner kriegt von mir einen Honi. Also auf Knacks, Livestream jetzt reinballern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Stream läuft. Bis gleich. Ciao. Jo, meine pickligen Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Und wir schauen uns heute gemeinsam mit Kevin. Mit Papa Platte. Kevin, Alter, geil, dass du hier bist, Mann. Wirklich. Ja, Mann, was ein Zufall, Alter. Muss ich sagen, ist cool. Hast du auch Eye-Tracker an, ne? Mit Facecam allen. Ey, das will ich auch, ja. Bro, wild. Ich habe noch ganz kurz, bevor wir anfangen, hier ein kleines Schmankerl für dich vorbereitet, Kevin. Ich möchte wissen, was du davon hältst. Wahrscheinlich am ehesten Abstand. Lisa, kurze Frage. Wie alt bist du denn? 13. 13. Justin, hm? Ja, ich sage mal, if her age is on the clock, she is ready for my cock. Perfekt. Ich würde sagen, damit starten wir heute ganz entspannt in ein neues React von Kevin und mir, meine Freunde. Justin, es tut mir wirklich leid, ich sollte diese Videos wahrscheinlich privat stellen. Wenn du das möchtest, melde dich doch gerne mit einem Angebot auf Instagram. Okay. Kevin, wir haben uns heute was ganz Angenehmes rausgesucht. Wir haben ja bald einen Eye-Tracker an und heute schauen wir uns die schönsten Anime-Girls sowie die schönsten Gaming-Female-Characters an. Boah, Bruder. Da muss ich aufpassen, dass ich keinen Boner bekomme. Digga, du bist doch, du bist doch auch, guckst du Hentai aktiv noch, ja, ne? Äh, noch. Als hätte ich dir das mal so erzählt irgendwann. Ja, hast du ja. Hast du ja gesagt. Ja, tatsächlich, gucke ich aktiv Hentais, ja. Okay, gut, dann schauen wir an mit den Top 20 hottest Video-Girls-Characters. Oh, what the fuck? Stop, stop, stop. Okay, highly accomplished, but also comment the high praise in the community. Okay, also Kevin, es wird ja gerade nochmal schön geredet, wie der Sexismus, den wir jetzt hier reinballern, quasi gerechtfertigt ist. Jetzt fangen wir an mit Clementine von Walking Dead. Platz 20. Hab ich gespielt tatsächlich? Oh, ist ein Kind, oder? Aber, aber, ja, warum ist das... Ja, also, find ich jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Jill Valentin hier, guck mal. Resident Evil. Irgendwie jetzt auch nichts, also... Digga, ich dachte... Du hast mir vor der Aufnahme gesagt, wir ziehen uns so heiße Sachen rein. Bro, das ist ein Kind, das ist ein Kind, Mann, Ellie. Ja, und gerade war so ein Monster da, bitte. Ist das jetzt, was du dir anguckst, Bro? Wir skippen kurz ein bisschen rein. Ich hab jetzt hier auch was Geileres erwartet. Ich dachte, das ist so richtig die Augen-Schmaus. Oh, hier, Lara, Lara Croft. Das ist nicht Lara Croft, du Esel. Ich würd' sagen, wir wechseln einfach das Video an der Stelle dann schon mal. Darauf haben wir doch gewartet, oder? Uh, ja, Mann. Bruder, ich habe jetzt zwei Flaschen übereinander gelegt und ein Klebeband, damit es dann so von unten gestützt wird, die Eye-Tracker. Oh, oh, Kevin. Okay. Guck mal hier. Oh, Digga, da hat sie aber Kurven. Ich weiß nicht, wer sie ist und noch nie... Ja. Ist ne gute. Sieht sich auf die Taylor Swift, oder? Ein bisschen? Mit schwarzen Haaren aber halt. Aber schwarzhaarige Taylor Swift mit riesigen... Hat Taylor Swift riesige Brüste? Hmm. Oh, Digga. Ey, Kevin, es geht jetzt. Ey, ich hab schon zwei Mal auf die Ocken geguckt, Alter. Oh, Digga, jetzt haben wir eine ganz schlimme Szene, Alter. Die heiße Screamer. Ja, Digga. Das Game habe ich genossen, muss ich ehrlich sagen. War ein gutes Game. Die Mechanics sind insane. Mit den Waffen, die man so... Guck mal jetzt. Oh, Digga, von der würde ich mir auch gerne die Kehle durchschneiden lassen, ne? Warte, warte, fang ganz seltsam, Alter. Dad, äh, Dad, äh, quick clear, Alter. Die hat aber auch Moves drauf, hä? Also... Oder wenn sie prügeln kann, I lost. Digga. Auch diese Musik dazu, ne? Die hab ich ausgemacht, damit ich das Gameplay genießen kann. Alter. Ah, Digga, heiß. Die ist gut. Ja, Mann, ey, ich hab schon locker vier Mal auf Stickwater geguckt. Das ist insane. Okay, aber sie ist erst Platz 10, ne? Kevin, was kommt da noch? Ach so, das ist, das wird immer krass, oder wie? Denk ich da an. Was für ein Game ist das vor allen Dingen? Bist du so jemand, der so auf so Game... Boah, Digga. Nee, gar nicht, Alter. Ich verstehe nicht, wenn ich bei Pop... Wenn ich bei PopRap sehe, Fortnite-Skins, Digga. Wer sucht denn da nach... Ja, wer guckt das? Vor allem, du hast ja immer diese Leiste, wo du so reinklickst, und dann sind so diese Vorschläge da. Ja, ja. Und du denkst mir jetzt immer so, Deutschland ist scuffed, Digga. Ja, ja. Arm ist Deutschland, Digga, wirklich. Ja, ist so, Alter. Boah. Ey, können wir bitte weitermachen? Ich gucke die ganze Zeit... Sudden Detect 2 war es. So, jetzt machen wir weiter mit dem Nächsten. Ja, ja, Bruder. Da fällt auch schon wieder alles raus. Jo. Wer hat denn, ganz ehrlich, wer hat denn so Brüste? Digga, guck mal. Mann, Mann. Mann, ey, ich gucke die ganze Zeit drauf. Oh. Jo. Kevin. Und da in dem Punkt ist noch die Monetarisierung am Start. Das sind auf jeden Fall die Klassen, die ich rocken möchte. Ja, das ist echt. Der Zauberer, der nackte Zauberer. Du bist ja klar. Klamotten verloren, Alter. Hier, der Todesser wahrscheinlich. Die links und rechts war nicht hot. Monatel Timex hier. Guck mal, wie riesig diese Brüste sind. Das ist so seltsam. Oha, die Katze. Die hat so eine Katze. Das ist ein Albino-Meerschwein. Ich weiß es nicht. Das ist kein Meerschwein. Bist du dumm? Mann, Bro, eine Katze. Das ist doch keine Katze. Nein, wie heißt das nochmal? Ähm, sie dumm. Ja, auf gar keinen Fall ist es ein Meerschwein. Hermelin. Das ist ein Hermelin. Yo, Bruder, die... Vor allen Dingen, das ist auch eine Mopsgröße. Da muss es auch gar nicht mal lustig sein, so als Frau. Das ist ja auch ultra hinderlich, wenn du so kämpfst und du hast so Tätten, Digga. Das ist ja nicht geil. Ja, true. Oh. Der war hot. Das sind immer die... Das sind die gleichen Macher, ne? Ja. Wo guckst du hin? Da, Digga. Ja, komm. Warte, ey. Du kannst doch nicht die Typen angucken. Was willst du machen, wenn du dir den Typen reinziehst? Weil das passiert auch so schnell, weißt du? Du kannst nichts hingucken. Das Ding ist... Oh. Heiß. Ganz wilde Kuss. Du bist ganz wild gestoppt. Da sind Emotionen dabei, auf jeden Fall. Ich bin die ganze Zeit auf den Hintern, ne? Es geht gar nicht anders. Es ist saftiges Gnu, oder? Es ist so dickes Gnu. Oh, Fortnite, die droppt. Nice. Modern in the War ist es doch. Aber seltsame Warzone. Schöne Gesicht hat sie, wirklich. Und auch schöne Achseln einfach. Muss man sagen. Also ich finde mal, es sollte so ein Battle Royale geben, wo man so auf so einer Tanzmatte tanzt zu Hause. Yo. Ach so. Kevin. Ey, Mann. Was gucken wir uns hier an? Die hat doch schöne Füße. Kevin, du weird. Als wäre der erste Move, sich komplett auszuziehen auf dem Boden. Der hat ja gar kommen. Yo. Ach so. Aber nice physics, though. Nice physics. Was gucken wir uns hier an? Das sind so Strip-Szenen und so. Okay, das müssen wir, glaube ich, zensieren. Was? Was? Digga. Das war so scheiße. Mach bitte ganz kurz die Musik dazu an. Mach ganz kurz die Musik dazu an. Hab ich, hab ich, hab ich. So ein Trial-Extreme. Was ist das? Kevin. Was ist das? Digga, ich fühl mich gerade wirklich wie in einem Trial-Extreme. Everybody clap your hands. Meinst du, da hat schon mal jemand Hand angelegt zu? Auf jeden Fall. Kevin, ganz ehrlich, wir müssen was machen. Wir müssen was anderes machen. Die Anime-Charakter, die Anime-Charakter. Hier. Geil, Digga. Die Stimme wird dich schon enttiggern. Da können wir auch Sound anmachen. Okay, bist du ready? Ach du Scheiße. Ja, komm, hau rein. Drei, zwei, eins und cringe. Was ist das jetzt? Es ist so eine Top 10, die höchstesten Female-Fortnite-Skins. Okay, der Sunstrider ist auf Platz 10. Aber Kevin, ganz kurz. Jetzt mal ganz kurz. Es gab mal ein Update, wo bei Fortnite die die Physics hatten. Erinnerst du dich? Nein. Das war so ein Tag drin. Ich schwöre dir, such es. Das wurde direkt rausgepatcht. Das hat einen riesen Aufschrei gegeben dafür, wirklich. Aber jetzt schauen wir mal, Kevin. Sunstrider, Plot 10. Finde ich aber nicht heiß. Findest du den heiß? Nee, muss ich gar nicht, Alter. Das ist Berliner Rave-Outfit einfach. Einfach berg, kein nachts um drei. So sieht die aus. Ja, ich finde auch heiß, dass sie so eine Hose hat, wo so mega viele Taschen an der Seite sind. Weil praktisch ist heiß, weißt du? Das weiß jeder. Praktisch. Scarlet Defender, findest du den Skin heiß? Nee. Ich überlege, was der heißeste Skin ist. Boah, da. Da bin ich down. Da bin ich down. Heidi. Hey, warte, es sieht aus wie so ein Zombie-Skin. Nee, das ist... Ist das normale Heidi? Das ist normale Heidi, Digga. Das ist normale Heidi. Warte mal, warte mal. Lass mich das kurz googeln. Heidi Fortnite. Ja, ist halt so ein deutsches Mädchen. Gute Deutsche. Stabile Eimann-Braut. Da fahren wir beide noch ab. Ja, doch. Safe, safe, safe. Da wird Monte auch zu gejaxed haben, kann ich mir sagen. Also das muss... Ja, ja, ja. Der wird nicht zu Disco Ranger gejaxed haben. Das muss Heidi gewesen sein. Wir kennen Monte. Oh. Nee. Nee. Fühl ich gar nicht. Das ist einfach wie der Berlin in a nutshell. Ja, das ist auch so ein bisschen so Twitter-Girl-mäßig, ne? E-Girl. Bin ich... Ja, doch. Muss ich ehrlich sagen, manchmal schon heiß, ne? Aber du bist mehr so auf einen Natural-Film, ne? Digga, das ist zum Beispiel zu viel. Jetzt Spinnenbeine. Bruder, wer findet denn sowas heiß? Vor allen Dingen, hat der das nach seinen eigenen Präferenzen gemacht, diese Liste? Ja, hä? Oder hat der so einen Discord mit so Perversen, die das abstimmen? Weißt du, was ich meine? Nee, aber bis dato muss ich ehrlich sagen, kommen wir hier gut durch, ne? Ja, easy. Also, wir schauen uns nie den Arsch an. Das ist der heißeste Skin. Kevin, Digga. Kevin, es tut mir leid, Alter. Was hast du da rausgesucht, Bro? Würdest du einen Hamburger... Ja, schon, ja. Oder eine Hamburgerin. Wenn du jetzt aus Sachsen kommst, haben die dann, also, haben die dann Dirty Talk beim Sex auf Sächsisch? Was ist das für eine Off-Topic-Question? Ja, ist doch gerade mir einig gefallen. Relatable, relatable. Frage ich mich auch. Ah, Fable. Rotkäppchen. Kink. Oh. Kink. Ja, doch. Müsste man von vorne mal sehen, aber... Und unter dem Cape müsste ich auch mal nachschauen. Es gibt ja Safe-Leute, die sich das halt reingezogen haben, ne? Also, wirklich, Calminity Tier 1. Die ist wirklich heiß. Die ist wirklich heiß. Warte mal, ich google die nochmal. Ah, die sieht mir zu erwachsen aus. Ja, nee, geht, geht. Ist okay. Würdest du nicht? Was ist denn jetzt dein Favorite Skin? Warte mal, wenn ich jetzt Hottes Skin eingehe bei Google, dann kommen Sachen, die man nicht zeigen sollte, oder? Oh, nein. Oh, nein. Skin. Skin. Boah, ich muss danach unbedingt meinen Verlauf löschen. Kennst du diesen, äh, Fortnite-Skin mit dem, mit dem Schwimmel? Ja, ja, und hat so nackig gemacht, ne? Ja, Bruder. Imagine, du bist diese arme Sau, die die Thumbnails dafür machen muss. Ja, Leute. Ich weiß nicht, wohin mit dem Video. Bin ich ehrlich, ne? Ist ein bisschen überfordernd alles. Ist ein bisschen, ein bisschen weird hier gewesen. Ein bisschen seltsam. Aber letztendlich genau das, was ihr von so einem Video zu erwarten habt. Kevin, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du gerade? Zwei. Okay, und wie erregt bist du gerade? Neun. Okay. Leute, wir gehen an der Stelle ein bisschen raus. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen da oben da, falls ihr Papa-Platte, ihr solltet Papa-Platte mittlerweile kennen. Kevin, es war, ne? Es war hier für dich an der Stelle mal ein kleiner... War wieder herrlich, auf jeden Fall dabei zu sein. War absolut geil. War wieder quality content auch. Top tier. Absolut, Leute. Wir sind an der Stelle raus. Lasst es auf jeden Fall gut sein und verpisst euch. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.